können, dass jemand, der weniger sozusagen Ideen getrieben auf Dinge schaut, sondern eher Fakten oder Daten getrieben, dass der dann eine Investmententscheidung treffen kann, wenn wir investiert haben. Und wir müssen eigentlich mit einem Partner oder sowas in der Lage sein, Themen so weit zu finanzieren, um Themen in ein Stadium zu bringen, dass ein rationaler Investor sozusagen faktenbasiert entscheiden kann. Und wenn du halt sowas siehst wie jetzt Lilium, dann weißt du halt, da ist so viel grundlegende Entwicklung erforderlich, da musst du halt mehrere hundert Millionen Euro investieren. Wir können halt jetzt in unserem letzten Fonds maximal zehn Prozent des Fonds, das heißt also um die 30 Millionen oder sowas, können wir investieren in ein Thema. Und das machen wir ja in der Regel über mehrere Phasen. Und dann schließt das einfach gewisse Themen aus. So, und das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. So, und dann schließt das einfach.